und sich zu mir abgefuckt er hat sich das mal gekommen warum der wird niemals sein eigen Dings und ein richtiges Zeit und ich mache mal 1990 das war immer ich mache immer 2000 leute in der Krabbe ab und nach Krabbe da um mann mal und noch mal war um die jünger war es wird der krawatte krawatten in einem hohen krawatte also ein nachgewichter das ist mal versuchen wir ja dass wir auf zielte richtig viel erforderung bekommen wollen lassen einladen machen 42 Hä? 42 Foto hat Auf Tiktok Töne dir an, aber Ist gut Lass dich schicken Mach mal zurück Stark Der wird zack Mal witz Ja, ja genau, genau Stark Ja Dann start Ah Sorry Ich hab die nein hier ausgenommen Ja Digga Ich hab morgen Inter gewinnt Digga Lukaku und Latour Ja Ja Ich spiel ganz unten Ja wollte ich eigentlich Ganz unten Ja, Bruder Danke Danke für die Applaus 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 Ich bin Wie heißt das man? Vorto Hab ich noch ne Geld Doch ich glaub nicht J. hat sich wieder als Freund Du musst dich auch noch annehmen Ja, ich hab noch ein Nein, das istа der normale Sox X Link oben, Digga 6 seit links die Fresse über rechts die Lüge der Säge der Säge der Säge der Säge in den Kopf habe ich habe gesagt nicht so ein Jahr weniger Kopf ich würde auch haben im Kopf und scheiß im Koffer schon ins Umfeld durch das Wort das ist auch ein Haus mal der weiße Reinsfach die Seitenaufsäger next schlägt die Kammer mit einer Hand noch kriegen nirgendwo mit irgendeiner Hand muss sie kriegen oh Leon hat sich ja man das ist so eine Bälle muss zu machen so wie Jay sag jetzt unten ja noch mal das war so risky nein du bist so doof ne einfach zu mir zu passen Alter soll ich dich gehen? ja ist mir noch egal macht doch egal welcher Fehler soll ich euch kick ist mir noch egal ich hab aber ja keine Freunde zum ersten Mal das wird ja nie das wird ewig geile Spiel war gut Schade Jungs, darauf bauen wir auf darauf bauen wir auf darauf bauen wir auf Nice 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 dass sie anspielen ich bin und ich dachte noch mal oder sie machen ja es war zu tippen was soll das so viel was hier oben nahe und unten unten und schickt jetzt bitte ich weiß so selber wie oft du vor dem tor einfach verschossen hast ja wo ist junges von spaß oder wie oft du mir rechts geschossen hast ja junge ich habe den rest und scheiß ich lauf mit links an als er schießt mit rechts aus ist doch immer so er kommt ja außer der foot einer sind keine ahnung ich habe 91 finishing das reicht und wenn das nicht reicht dann weiß es nicht ja ich mache eh die ganze zeit nur pass auf sagt weiter jetzt ein bisschen laufen ja lauf zwar zieh durch die durch die durch die durch die durch weiter 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 war noch einer hat trotzdem teuren macht man der gesicht komme ich um mich um tanze das macht mich das mache ich gern spitz es macht mich ganz rund tun dass sie das macht mich ganz rund das macht mich ganz nahzig ich muss nicht ganz kreuzig macht mich ganz kreuzmann treffig kreuzmann treffig muss das murat siehst du solche die war stopp 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 zum bruder heute das war eine fresse die go aber wer will man schon bleibt man hat es hier für die stecken also wenn du es gut machst du dich dann ja sonst nicht ganz um das und wir gehen ganz um die was diese da so Jaja, hast gut gemacht. Jaja, hast du vier Stunden gebraucht, damit der ganz oben ankommt. So ein Ding, solche Dinger brauchen wir, diesen Nice. Das war bei allen Dingen ein Zuckerpass, Jaja. Schade, schade, schade. Das war bei allen Dingen so ein Zuckerpass, Jaja. Jaja, Jaja. Jaja, Jaja, Jaja. Ich will jetzt schießen. Nein. Ah, ich wollte aber, ich hätte aber, aber das war das Spiel dann wirklich andere. Guck mal, wie wir den verarscht haben, Digga. Schade, Digga. Schade, Digga, fast selber. Wie hat der immer noch den Ball bekommen? Ich verstehe dieses FIFA nicht, ne? Die Krebs schon gefällt mir. Nice, Digga. Du hast ihn gerade in die Eier gezwickt, Digga. Der ist so nach hinten aufgeblieben. Jaja, ich habe ihn ein bisschen in die Eier an. Ich habe ihn kurz runtergeholt. Ich habe ihn in die Eier hinter die Ohren getackert, Alter. Wie ist das Spiel? Du hast seine Eier gekräut, Digga. Der ist ganz runter eingeschlafen. Voll runter. Voll runter. Ja, also, Alter. Digga, ich muss kurz aufschreiben, weil, Alter, die Eier hinter die Ohren getackert. Ja, warte, 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 ich muss aufschreiben. Ah, Leute. Ich habe nicht den Ball. Ich sehe es doch. Ich habe nicht den Ball. Leck, 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 leck. Hey, habt ihr gehört, was in FIFA 21 Probs rauskommt? Das sind... Man kann jetzt, äh, die CPUs, äh... Lass mich, David, lass mich machen, nie geht nach vorne doch. Ja, oder er macht, 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 er hat recht. Und was hast du ihm gesagt? Man kann in FIFA 21 die CPUs personalisieren. Das ist nice. Alter, wie nice. Digga, dann können wir so Shababs boaten. Oh, ja, Alter. Digga, let's go, Alter. Mit rechts. Mit rechts. Mit rechts. Perfekt, Digga. Zö, Alter. Ey, stimmt. Digga, CPUs personalisieren. Lass mal so, lass mal so mal like uns oder nehmen, Alter. So, äh, voll witzig. Ey, nee. Sophia, Claudian Tor. So, Sophia, ja, man. Claudian Tor. Der dicke Michi, Alter. Der dicke Michi. Da nennen wir einen, der dicke Michi und einen Vanessa, Leon und Markus. Ja, lass mal Markus. Seilschluss, Maxi, Alter. Und, und, ne, 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 ne. Unser Reitenman, Darkside. Ich wusste, was er sagt, ich hab gesagt, Digga Markus, den, lass mal wirklich unseren Torwart, Digga Markus, den hast du Lass einfach Markus und nachher, den hast du, Digga, so fun debate, weißt du Ey, David, hast du Claudia im Tor gesagt, weil die Torwärter ja immer dick sind und du hast deswegen, Markus? Nein Nein, gar nicht Markus ist sein Torwart Warum, okay, als wir beim anderen hier waren, warum haben alle Claudia im Tor gestellt? Na ja, und ich war nicht mal Claudia, das habt ihr entschieden, nicht ich Auf? Ja, man ist da Ey, die haben aber nur zwei Dinge verändert, ne, nur zwei Dinge Was noch? Äh, ich glaube, man kann Frauen mit Frauen spielen oder so Die stellen wir ins Tor, Digga, die stellen wir auf die Bank Ich weiß nicht, ich muss, ich muss noch nachgucken Ey, also, ja, voll witzig, Digga, da haben wir so ganzes Team, so, so vier Malayka, Digga Malayka ist so eine kleine, so eine kleine, nein, Malayka ist so ein kleiner Stürmer Auf jeden Fall kann man CPUs personalisieren und das andere habe ich vergessen Das andere habe ich vergessen Ja, Digga, stell dir mal vor, CPUs, Digga, ey, dann machen wir so ein großes, so vier, weißt du, ZM, Digga, jetzt so Stoß, so 8er Unsere ganzen Centerbacks einfach 6'7 so machen Ein Jahr, so U, na, head so Achso, man kann sogar größer und so einstellen, und die Bose steh' hervor keinen so skillpunkte und so verteid Man kann die personalisieren, man kann alles mit dem 쓰�ismat, man kann alles mit dem machen, man kann ihn mitnehmen Man kann sogar ficken auf dem Platz Ja auf dem Platz, Turm, Alter Ouais, also rechtes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, Darkseid, D Charit trusting Stoffel得 oder Laufung der Gastrohr das ist ein bisschen die Gäste der Blasen kommt und nun ganz und er hat uns mehr auch Jünger schade der abgefällt was sonst die die Gäste das Spiel hoch zurück hoch bei der wir da war die alte Söne Superkraft auf der Däger sie sieht er muss so wie wir das auch im Boden Prozent stand Taka Lade da ist er keine Spitzen er kann sich teleportieren der Kampffin Prozent er hätte ich auf die Klinik wieder wieso geht's ja nicht rein er wird mit nachdem er nur oder er ist eingeschlafen Lenzweig nach oben oder so was aber noch weiter nachdem er der Richter Kursen und nur von dir aber da wird um den Hohen Reinhardt einiger im Räumen und so oder ZDM Dings als Innenverteidiger auch da hast du auch übel viel passen und da haben wir 6 Verteidiger nein er kann auch sein ZDM als Innenverteidiger benutzen mach ich auch ich habe nur 2 weniger passen und so 10 mehr 2 weniger Pace und 10 mehr passen Liga und Defense und Physik Physikstörz beim Gleichmen ich zeig dir gleich wie wie die perfekte Größe uns gewichtet das ist so zünder Markus ich seh dich Markus ja warte ich geh auf den 2 in hell hier ich bin auch dabei hinterher ja ja neust du ja das ist richtig gut guck mal hast du dich gekauft ich hab xxxxx ja warum doppeltiger das ist so dummer du kommst da weil ich weiß ich weiß der ja dann springt er so schwul pass auf guck mal hier ich weiß ich weiß komm wie die Kacke deswegen hab ich es auch gemacht mach R1X immer mach ich auch was auch guck oh nein scheiße ich hätte ne Fresse an so ein Fresse ja ah nein das ist noch scheiße ich war eigentlich mehr dran zu oben jetzt 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 wir haben eine 80er abwehr digga ehrlich ja wir haben alle 80er abwehr egal wie wir spielen ne ich meine die haben 80 Mann in der Abwehr boah hast du gesehen ich den gewöhnt hab ich hab geschossen lass mich einen Wurf machen geh dir nach vorn rein ach digga genau ich bin außen oder mitte hier ich wünsch dir FIFA kann äh spieler wechseln beim Einwurf also jetzt so ne damit man alles wieder einen gebrüttet boah Alter wie kann man den halten digga soll ich die Ecke machen Jay ich hab mal lass mich äh wie hast du ein Weser äh wer wer will denn hier wer will denn wer hat noch nicht ja ich will ich geh auf außen ich 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 digga niemals in der Mitte ja los komm mach kurz mach kurz mach kurz mach kurz mach kurz du willst mich ertesen ey digga er hat automatisch gemacht weil er hier zu lange gebraucht hat nice naja zur erste Ecke ja jaja jaja gegen Troposau das wär's jetzt digga also jetzt kommt halt also richtig spiel doch ab jungen du bist schlecht digga du musst nur machen wenn Leute auf dich zukommen ok ok das war gut das war gut das war gut das war gut guck er ist immer noch drauf jetzt komm spiel ich auch mal ich auch mal was weiß ich mir jetzt dran nein 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 jawoll boah ey komm die screen machst du am Reofleck ja sie ja sie komm mal komm mal jetzt komm mal hä ich mach so ein Reofleck aber geht nicht wird der geändert? du musst immer noch zweimal dings und einmal zurück oder? hier 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 Mitte ja warte warte ich mach's mal jetzt einmal nach rechts einmal nach links schau mal ok ey ich muss noch kurz ja ja siehst du was willst du denn? was willst du denn? was darf ich nicht ja sagen? komm jetzt spieler mal wir haben Zeit durch meinen zwei Tore hier ey ey Digga jetzt was ist was wir haben Zeit wir haben Zeit wir haben Zeit ja wir haben Zeit junge die müssen nur ein Tor in der ist unentschieden oh Digga ich habe vergessen dass du das Spiel gewinnen bis um ein Weißer zu werden also um kurz zu werden ja ja wir fing es nicht ne wenn wir jetzt halt nen Tork auf sehen ne ja Opfer Opfer der gar richtiges Opfer nice Digga ja na ich schieb mal L1s Treieck der Gäse jetzt so hässlich sie macht doch mal Rache ey ey einfach umgrillst in die rote ja nice ey wir haben keine rote das schießt ja der Typ ah oh nein das haben wir ein bisschen Platz schaffen ja Opfer easy 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 aufgeschieben Leute wir machen gleich weiter wir machen gleich weiter ey Sprint Speed ist hochgegangen auf 93 nice ey meiner nicht mein Finishing ist auf 90 ey Jay Jay sehen sie jetzt äh das ist nur aufgeschieben ja Ausstieg ich bin weiter und nicht naja ich weiß was die machen so im Proclubs die sollen mal so ne anstatt so Division immer sollen die mal so ne Tabelle machen mit anderen Gegnern ja aber die kommen doch nie on wenn wir spielen wollen das wär ehrlich voll geil Digga ja das wär geil Digga wenn es so Spieltage geben würde wo du spielen musst ja ja und wenn du nicht spielst wirst du was wirst du rausgekommen ja dann kriegst du Strahle bist du umgebracht dann kriegst du Strahle dann bist du einfach umbrillen nein das wäre voll geil wenn wir das so betrieben ich ihm Geld machen würde Digga also wenn jeder ja was nein nicht mit echtem Geld ich meine in game so mit so einer währung halt im Karrieremodus sowas ja oh Junge die haben einfach richtig gescheit ja 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 das wär geil und dann wenn du so eine gewisse Summe hast dann kannst du auch mit Skillpunkte ausgeben für dein Geld ja oder halt oder halt mit einem neue Spieler kaufen ja ja genau ja 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 lass mir die Idee einschicken Alter vornächstes 422 kommt aus der Alter ne das kommt in FIFA 21 viel zu spät ne ne der das kommt in FIFA 19 es kommt in FIFA 0 ja FIFA 98 Alter ey bis FIFA 98 hier sind noch ein paar Jahre hin ne Mann so ein paar Jahre zurück oder paar Jahre hin paar Jahre zurück ja bis FIFA 98 Digga werden einfach die Spieler die so CPUs jetzt spielen einfach Digga die werden immer jetzt Klone erschaffen ne die Gäste und Wurden wirklich was Mato ja ich bin auf dem Euro bis FIFA 98 werden die Pro Clubs Kai East einfach ich jetzt Klone erschaffen auch macht er kein zum Prüfling Digga ich hörst du sehr hässlich sie hat er die ganze Zeit gemacht mach du mal Jay kannst du das ach junger alter jetzt fängt das schon wieder an ich war das nervs so mhm äh warum ich habe Kultus Diggas du hier easy ja ganz easy pass auf easy kein Gegenüber ich gegen Tod der Nimmstam ohn 20 Euro dann ist ja auch junge Mach doch jetzt doch Digga ja bis du musst zweimal nach außen und dann einmal nach hinten hab ich habe ich ich schwör auf alles auch noch eins 3 ich hab' ich doch gemacht normal sind warum kann ich das jetzt nicht Digga einfach simpel stehen gleich machen wir uns die ganze Zeit Kurs über die Gottesdiener vom Armpern nicht mehr für die Töschung was machte mich ja der Hauptplaner mit seinem Klick zu uns alle haben wir uns da sind ich habe hoch gemacht ich hätte es uns auf dem Zeichen entfassend zurückgezogen da passen nicht voll wichtig der bau macht so ein guter das ganze spiel ich hab doch passen hoch digga die ich als ob ich immer dich anspreche alter die ich will ich habe mir soll ich die balle ich will auf keinen Zeister Wut zu kommen weil du denkst du ich bin ein Torrier oder was ich meinte den einen bei Liar Toree, 1 Toree Ach Liar, hä, was für Traurie du hast Domblye gesagt Mach mal unten Ach Dinger, Alter, hat er gut gemacht Dinger, was ist los? Nein Doch Wir wollen nur, dass ich für den Spiele Dinger Ja, weil wir auch mal den Ball haben wollen Ja, aber ich mach'n's gut Dinger, das Team Ja, siech'n, du brauchst um Scheiß Oh man, nein, nein, nein... Wauf, ey Lern, ja Nein Dinger, ich soll L1-3-4-5-5-8-9-9 Dinger, jemand muss reinlaufen er lernte den rückraum ebos ja noch mal ja noch mal was passt er passt die alter was denn das war doch nicht schlimm ich hätte gar nicht stummt ich lass mich ich lass mich hier geht es hin da er kann das bei mir da hier macht nein einer nur Leute du machst du dir auch mach auf die gemacht hier macht ich jetzt mein voli an der wird die gelassungs- und scheiß mit rechts was soll ich tun dein scheiß we food upgrade den hetzt nein jetzt 3 und keine ecken wirst du ich mach immer deinen scheiß vorlagen und jetzt holz so ich mache ich habe ja zu merken dann mach doch einfach fies das geben muss es braucht keine fünf der fünftige du weißt gar nicht was der Unterschiede drin ist oder das Ben Affa Aschkei du bist ein Ben Affa Aschkei 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 Ne, Thomas Kreisweg auf einmal hebt er seinen Fuß nach da oben Dann schießt er Ne, mit Kreis schießt er einfach in die Luft oder schießt er so einfach, also richtig unkontrolliert Ich hab mich mal angefahren Jo, Alter Der ist richtig geschlittert Der Justizvollzugsbeamte Stollen って Der Justizvollzugsbeamte Bezirksausweilandesliga macht der justiz erst guter muller steffert wenn stadt wäre erster bundeslieger jimt ist der tippe sieg wie nahe gewohnt ja du machst echt gut jetzt hat er mich danke sie gerne wenn ich ztm schmierst du siehst ich weiß ja was in der Welt bestimmt und heißt die Wurzeln jedoch ein Fahrrad nur gefickte Götter das ist wie immer eine Scheiße so was wir gesehen wie sie wie sie fassen sich die Verprügung der Leiter und einfach um das Erfolge wenn man nimmt in FIFA 1 an ihrer Gesten machen können z.B. wir können sagen Schiri du Huren so nicht Fick deine Totenhalter ich finde sind entweder ich dachte man kann jetzt dieses wie heißt diese Leinwand machen so in den Dings und so Design vom Stadion ne also nicht im neuen FIFA sondern in diesem FIFA weißt du mit diesen Tifos und das mal alles ich dachte man kann so richtig das eigene Design erstellen so importieren so bei NBA ne weißt du was für eine Werbung ich auf meinen auf meinen Leinwänden und so hab also die so unten da immer läuft einfach Minecraft Digga und so Supreme und sowas warum einfach so ja weil man das selber stellen kann bei NBA und hier muss man diese vorgegebenen nehmen aus der aus diesen Versa aus diesem Season Pass ich bin die Schöße der Bösen sein kann sich bei den Leinwänden 21 Jahren kann man auch das Stadion oder eine Fahne machen wir jetzt was zu willst alle haben die Gäste geben das wieder vor so du kannst du nicht importieren wenn wir kannst du spielern und im Böden auch bei WB bei WB es gibt zum Beispiel es gibt so ein was weiß ich Digga so so ein Tom Cruise oder so richtig nice einfach gut fahrer Spiderman gut fort was hat er eigentlich in Deutschland gemacht alter weil das hat er hier tun oder hat er ja so wert zu nehmen I know I like Pinnis aber gut fahrt wegen guter Fords oder safe ähm nice try also gut fahrt ja ich danke danke ich war gut ja da ist halt einfach die nächste Spinne Digga ich sag sie so wie es ist Digga aber nicht so unterschätzt äh David glaube ja doch David eigentlich war's geht fort irgendwas zu warm ne es war Diego ey man Diego wie hat dir so gesagt Diego ich hab dir so gesagt Diego OAH OAH zum Glück ich hab Fiat gedrückt Digga und ihn einfach ähm getreten Digga er es sogar gesteuert hat aber war kein Foul ey ey lucky Digga auf der ja 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 stark auf Diego jetzt nein nein ok du weißt du als Sex wer billig ist Digga weil wenn hinter dir einer ist brauchst du nicht auch nur hin lex lex ich freu anstatt einfach äh ich hab nicht abgespielt Digga ich war ganz alleine Alter dein Mau ich war am lecken alter nein nein oh fuck oh ja siehste guck mal wegen dir ja guck hab ich auch gesagt oben Digga ich hab auch nach oben bewegt ne alter wie knapp war das hier mach kurz mach kurz Digga Junge spiel doch jetzt hab ich doch Digga er sagt schon mal naaa ich würde ja ja nein achso ich dachte das wäre ein Vorteil für uns weil er die Fakke drückt hat ich geh in die Mitte und 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 geh in die Mitte oder so Digga komm hier guck zweiter ja oder so alles ja ich wollte dir gar nicht so weggemacht Digga komm ne ach shit haben wir ich hab der den gewinn komm Digga ich will mit dem mit dem Sieg rein ja komm Digga komm doch wir mit dem Sieg oh mein Gott hä was Digga was hast du mit dem Junge du bist richtig Piss die ganze Zeit ja denn bin ich auch ja aber warum weil die Jungs man keine Ahnung oh stark ich weiß jetzt ach schulde was verdammt komm ja ja komm mach druck mach druck zwoite mach druck stark stark Alter ich weiß mal ein Ball gewinnt alter die steht Stimme oh Digga die Ich bin echt alter und passt doch yeah oh Ich bin echt alter ich bin ja das für dich auch dazu ein bisschen kino also ein bisschen kino irgendwie so viel klar also manche ich liebe dich so hat der bei keinem sagt so habe denn wenn ich hier so ein bisschen gut machen wir sagen einfach nirgendwo ist ja was war das denn ich war nach unten und muss ja es bin ich ja so richtig was macht jetzt bitte ich hab ja guck mal wie schlechte es sei da genau wie nächstes mal im besten bis zum beispiel was wir meinen besten guck habe ich jetzt von uns und warum nicht bei mir da auch nichts gesagt und ich glaube macht die ganze zeit gut war so und hier ja er hatte ich jetzt vorlag was willst du ja ja das ist das ist das ist das diego schießen er doch ausgebildet oh er hat sogar rot man nicht wollte schießen aber wenn der jetzt daneben geht dann bist du aus dem Verein geschmissen machen wir's so lass alle mal weglaufen, lass nicht Bühne, komm komm wir gehen wechseln nein er kommt zurück jawohl jetzt kommt mein Name Allah mit usam und allah so ist schon das ein Beleidigungs es wird gebannt es ist jetzt noch mal ein Name ich merke an den Weg der nein bitte ja wieder zu sehen jetzt wird zurück nein hier so hier habe ich zurück rumgespielt was ist es ist Spiel die Götter ist schlecht ne ich finde ich will nicht ich kann schon lassen ja fast richtig gut an ja fast richtig gut gemacht ja fast richtig gut gemacht ja fast richtig gut gemacht bitte ich sehe dich ich habe mich nicht abschlecht wer weiß ich hätte ein Einwohner von Skull Die Suchtzeuge Komm Ja Geil 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 Oh, wie schlecht Und Jey, hol dir wieder Genau wie Ness nicht mehr vorwärtschaffen Bist du behindern? Die Buben sind schlecht bewertet Ja, ja Komm nur um mich zu schwein Die sind gar nicht hier Guck dir deine Technik an Kannst dir meine Balle an Hier unten, 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 unten Hey, ich hab doch Ey, Glück ab, Digga Was hast du's gesagt? Kleiner Fehler Okay, weg, komm weg Komm weg, komm weg Ja Ja, Leute Ja Ja, Digga, was hast du gesagt? Ey, komm mal, Digga Die zwei Die Stimme Kannst mir auch mal so auf den Sack, Digga Ja, Digga, aber was ist immer so mit der Technik, Alter? Und hier, wenn du, was machst du gerne, geh ich auf So mit der Technik, Alter Bist du alle, dass Sex sehr billig ist Sexy, billig, schlägt Sexy, billig, schlägt Sexy, billig, schlägt Sexy, billig, schlägt Boah, wo ist der Hinnert? Jo, komm rein Leggeron, bitte Das sagt einfach nur so, damit sich gut anfühlt Was du selber so scheiße willst Ja, ja Alter, Leute Das ist einfach Ja, nach dem Training und dem Spiel David, du hast dich verbessert Ja, nein, nein Der hat die Hose auch schon ganz oben angekommen Der kann die Hose bis Die Hose